Der spirituelle Name Yadava. Yadava ist ein Name von Krishna. Yadava ist ein Name für Aspiranten mit Krishna-Mantra. Yadava heißt der Nachkomme von Yadu. Yadu war der Vorfahre von Krishna. Yadava kann deshalb auch heißen, denige, der zu Krishna gehört, denige, durch den Krishna wirkt. Derjenige, der Krishna durch sich wirken lassen will. Und derjenige, der die Gegenwart Krishnas überall erfahren will. Ich habe schon einen längeren Vortrag gegeben über Yadava. Auf unseren Internetseiten findest du ihn als Video, wie auch als Niederschrift. Daher halte ich mich kurz. Alles findest du auf wiki.yoga-vidya.de querstrich Yadava